Willkommen beim die heutigen Angebote Rabatte-Chair-Lösungen. Hier ist Richard, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Gaming-Tisch, Gaming-Schreibtisch mit LED-Beleuchtung, Monitorständer, Getränkehalter und Kopfhörerhalter für E-Sport, großer Gaming-Computertisch, drei LED-Modi. Eigenschaften Modernes Aussehen Dieser Gaming-Tisch hat ein cooles Design, das ist voll von modernistischen Stilelementen erfüllt, das zeitlose Schwarz und die exquisite Verarbeitung macht es fast für alle Wohnungsszene oder Arbeitsbereiche geeignen. Die brillante LED-Beleuchtung zaubert eine lebendige und besondere Atmosphäre für die Benutzer beim E-Sport. Ausfällige LED-Beleuchtung Die untere rechte Seite des Desktops ist mit einem Controller ausgestattet. Darüber hinaus befinden sich am Controller-Kopfhörer und Mikrofonbüchsen. Der Computertisch verfügt über drei Modi von LED-Lichter, einfarbiges Modus, RGB-Farbemodus und Musikmodus. Es gibt sechs brillante Farben, die vorhanden sind, Sie können ein statisches Farbe- oder dynamische veränderliche Farben wählen. Nur per Knopfdruck steuern Sie einfach nach Ihrem Wunsch die LED-Beleuchtungen. Mehrere Funktionen Mit dem Kopfhörerhalter können Sie Ihre Kopfhörer leicht herausnehmen, zwei Kabeltüllen machen die Tischfläche ordentlich. Der Getränkehalter ist formbar, ob es eine Cola-Dose oder eine Tasse mit einem Griff ist, können Sie es setzen. Durch die zusätzliche Monitorständer und das geschwungene Design des Tischplattes fühlen Sie sich bei der Verwendung des Gaming-Tischwohler. Es kann mit USB-Buchse oder Versteckter an Stromnetz verbinden. Zertifiziertes Material Der Computertisch wurden aus 1,7 cm MDF aus E1-Klass hergestellt und ist hinweislich ungiftig, umweltfreundlich. Die Z-förmige Beine aus verdicktem Metall garantieren eine große Stabilität. Außerdem sind die Beine mit höhenverstellbaren Füßen aus Kunststoff ausgestattet, damit es sich ohne Wackeln platzieren und gleichzeitig den Boden vor Kratzen schützen kann. Kinderleichte Installation Montageanleitung und Gebrauchsanweisung sind in der Lieferung enthalten. Sie können es schnell aufbauen. Gasamtabmessung 120 X60 X4 und 70.5 cm Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Produkt haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Die Helligkeit der LED-Beleuchtung hängt von der Innenbeleuchtung ab. Der beste Effekt wird in dunkleren Räumen ohne direktes oder reflektierendes Licht erzielt. 5 Höhepunkte LED-Lichter kann mit der Steuerung einstellt werden, 3 Modi und 6 Farben sind vorhanden, damit ideale Atmosphäre zu schaffen. Robuste Z-förmige Beine und surfizierte verdickte Tischplatte garantieren Sicherheit und Stabilität. Der Gaming-Tisch kann mit dem USB-Buchse oder einem Versteckter an Stromnetz verbinden. Mit Kopfhörerhalter, Kabeltüllen, Getränkehalter und Monitorständer ausgestattet, alles, um das beste Spielerlebnis zu bieten. Einfach Montage, komfortables geschwungenes Design bietet für die Benutzer wohliges Gefühl. Zwar kennt jeder die Amazon-Webseite als gute Gelegenheit zum Shoppen, doch weiß auch jeder um die neuesten Amazon-Blitzangebote? Bei diesen sollte jeder Jäger von Schnäppchen bei Amazon sprichwörtlich sich auf die Pirsch begeben. Denn ein solcher Deal Amazon ist meist nur für kurze Zeit verfügbar. Deshalb muss man im wahrsten Sinne des Wortes schnell sein, um das Angebot Amazon abstauben zu können. Das ist praktisch der Suche bei eBay relativ ähnlich. Weil die Webseite von Amazon-Angebote in Hülle und Fülle aufweist, ist er sehr schwer, alle im Überblick zu überhalten. Deshalb findet jeder den für ihn passenden Amazon-Deal auf savemoneyadviz.com. Oft stehen die Amazon-Deals unter einem bestimmten jahreszeitlichen Bezug und können deshalb auch oft sehr gut als Geschenke an den Festtagen verwendet werden und sind als Amazon-Schnäppchen vier Stunden rund um die Uhr erhältlich. Amazon-Blitzangebote Auch wenn Amazon-Blitzangebote wie der Blitz wieder verschwinden, handelt es sich dabei im wahrsten Sinne um Amazon-Angebote bzw. Amazon-Schnäppchen. Denn man bekommt einen echten Preisnachlass gewährt. Deshalb lohnen sich Deals Amazon auch wirklich. Genau geschaut werden muss, ob das Blitzangebot Amazon in dem Moment, wo man es nutzen will, noch seine Gültigkeit behält. Es kann sein, dass die Summe, die man spart, erst in dem Moment sichtbar wird, wo man die Angebote bei Amazon an der Kasse einlöst. Der Preisnachlass um einige Euro mittels Amazon-Deals lohnt insbesondere was sehr teure Technik beispielsweise Fernseher oder PC und Laptop angeht. Schnell zugeschlagen werden muss bei einem Amazon-Blitzangebot. Dieses ist entweder nur einen bestimmten Zeitraum gültig oder die Blitzangebote Amazon sind nur für eine bestimmte Anzahl Kunden gedacht, laufen somit aus, wenn eine bestimmte Anzahl an Kunden zu den günstigen Konditionen zugegriffen hat. Die Amazon-Blitzangebote-Übersicht im richtigen Moment nutzen Wer ein Amazon-Angebot nutzen will, benötigt dafür den Blick auf die Uhr, weil dieses oft erst ab einer bestimmten Zeit nutzbar wird. Dass Schnäppchen Amazon verfügbar sind, ist allein bei der Masse an Produkten, die auf dieser Webseite vertrieben werden, nicht verwunderlich. Die richtigen Angebote Amazon zu kennen und gleichzeitig zu wissen, wie viel hier im Vergleich zum normalen Kauf gespart werden kann, lohnt sich. Auf savemoneyadvist.com findet man die besten Amazon-Blitzangebote-Liste, Amazon-Angebote und Amazon-Deals in der aktuellen Blitzangebote-Übersicht und natürlich auch echte Schnäppchen. Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen. Savemaniatwiz findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern. Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Offsite-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären. Wir helfen Ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in Ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten.